Lena Christ, die Freier Der Moserbauer von Kreuth galt schon von jeher als ein wohlhabender Mann und man schätzte ihn leichtlich auf 100.000 Mark. Aber was sind 100.000 Mark, wenn man sie durch Sex teilt? Nimmer viel. Gerade noch eine von den bekannten Fliegen, die der Teufel in der Not frisst. Nun waren aber auch beim Moserbauern ihre sechs Kinder. Und sie waren so verteilt, dass immer auf ein Meidel zwei Buben folgten. Also vier Buben und zwei Dirndln. Alle sechs gesund, nicht uneben von Gestalt und im besten Alter, so zwischen 20 und 30. Und sie hätten wohl sicherlich längst alle gut verheiratet sein können, wenn eben nicht diese Sechsteilung gewesen wäre. Mangel an Überfluss schreckt jeden Freier und macht jeden Unwert je nachdem. Also die Moserkinder waren noch ledig, da kam der Krieg. Und die Buben mussten hinaus, alle vier. Und da es endlich hieß, Friede wird, Parole Heimat, da war von den Moserbuben kein einziger mehr dabei, der mit einmarschierte in das kleine Dorf. Alle vier liegen draußen im fremden Land, zur guten Ruhe gebettet. So sind nun aus den Sechsen zwei geworden und gelten plötzlich als gute Partie, denn Hunderttausender geteilt durch zwei gibt ein gerechtes Häuflein nicht zu verachten als Morgengabe für einen Freier. Besonders dem Schweiger Lenz von Lindach wäre es nicht ungelegen, wenn ihm einer von den Mosergeldsäcken in den Schoß fiele. Und drüben in Au ist auch einer, der so denkt, der Schneithuber-Michel. Darum sagt der eines Morgens zu seinem Alten, du forder, was mohnst. Und der alte Schneithuber erwidert, was soll ich mohner? Darauf erklärt der Sohn, no, zwäng der Heiraterei, ich wisset ma orne. Ja so, sagt der Alte, heiraten sagst, er no, das wisset schon sein Wissen, wer, wie und was. Wo hast 50.000 Mark und gar nicht schier, erklärt der Michel weiter. Jetzt horcht er aber auf, der Schneithuber. Furcht's dauset, sagst, mein Lieber. Nachher is's koane von Au, nachher muss is's scho woanders suchen. Er überlegt eine Weile. Da iss amol Trauthalerliess von Seon, aber die hat grad 30.000. Und Nackmor Susanne vom Berg, na, die hat ja nen Buckel und schiergelt auf eurem Auge. Und du sagst, dass's net schier is. Ja mai, was kunst nachher leicht für orne sei, da wiss die korne, als wär er ebbe orne von den zwei Moserdindeln vom Kreuz. Und sein Sohn, der Michel, hat eine Entsfreud. Der Raten hast es vorder, schreit er. A grad der Raten. Und er schlägt sich lachend auf die Knie. Aber sein Vater hat Bedenken. Mörnst, dass von denen orne Schneidhuberin werden möcht? Doch sein Bub lacht noch mehr. Was mörnst net mögen? Mörnst? Mi, den Schneidhubermichel von Au? Amai vorder, du bist g'stimmt. Bis zum Sunter bin ich Hochzeiter der Wetti. Orne von den Moserdindeln wird Schneidhuberin so gwiss, wie zwar und zwar vier is. So denkt und spricht der Schneidhubermichel von Au. Und droben in Strass, der Windelbauer, ein Wettiber in den besten Jahren, hat auch grad den schwarzen Plüschhut in der Hand, steckt eine feuerrote papierende Rose darauf und macht sich auf den Weg nach Kreuz, indem er zu sich selber sagt, weil Orners z'ohrspannig fahren gwohnt ist, soll er's ohrspannig bleiben lassen. Entweder ne mit Nandl oder i ne mit Mirl. Orne von dem Moserdindeln muss werden. Nachher kann die dem Heimalbauern, dem Spitzbum A-Gleiser-Hypothek-Horm zahlen. Drunten in Holzen aber spannen die beiden Reiserbuben das Bräundeln vor den Schlitten und fahren gleichermaßen nach Kreuz, fest davon überzeugt, dass einer von ihnen in längstens acht Wochen Moserbauer ist, während der andere nach derselben Frist die Schwester des Bräutels als Reiserbäuerin heimführt. Welcher von ihnen die Mirl und welcher die Nandl nehmen soll, ist ihnen völlig gleichgültig. Der Geldsack macht's und der ist bei beiden gleich. Also fahren sie guten Muts dahin und kommen just zu der Stunde an den Moserhof, da gerade noch ein paar Bewerber dort eingetroffen sind. Alle miteinander aber haben es schlecht erraten mit dem Besuch, denn Nandl treibt eben die beiden Ochsen um den Klöppel der Gesottschneidermaschine, knallt mit der Geißel und plärrt alle Augenblick. Wüah, hü, geht's zur Soggy! Und die Mirl steht droben am Heuboden, räumt das geschnittene Gesott von der Maschine weg und schiebt es hinab in den Futterschacht des Stalles. Da die Nandl die verschiedenen Mannsbilder vor sich sieht, stößt sie einen gellenden Pfiff aus und schreit, Wuh, wuh, worauf die Ochsen stillstehen. Dies hat zur Folge, dass auch droben am Heuboden ein Pfiff ertönt und die Mirl ihren bestaubten Kopf aus der Fensterluke streckt und zur Schwester hinabruft, »Was geiz? Kämmehan wieder, Pa!« Erwidert diese, mustert Ross und Schlitten dessen Insassen und die anderen Besucher und treibt danach wieder ihre Ochsen an. Und auch die Mirl werkt nach einem kurzen Blick auf die Angekommenen wieder weiter, ohne ihrem Vater, der die Schneidmaschine bedient, auch nur ein Wort zu sagen. So kommt es, dass die vier Mannsbilder reichlich und gut Ding Zeit und derweil haben, sich den Moserhof und die eine von den Erbinnen genau zu betrachten. Auch kommt bald eine kleine Unterhaltung in Gang zwischen ihnen. »Habts A a g'schäft da?«, fragt einer von den Reisersöhnen. »Ja?« »Woher seid's denn us?« »Die beiden anderen tun fremd.« »Mir körn ne zamm, mir ham grad oren weh gehabt. Orener ist von Lindach und da ander von au.« »Die beiden Reiserbuben wollen noch mehr wissen.« »Seid's leicht da zwängern, wie ich?« Aber die anderen zwei haben bloß ein Nein als Antwort. Und der eine, kein anderer als der Schneidhuber-Michel von Au, stellt sogar eine Gegenfrage. »Zwäng was seit's denn öster?« »Epper zwäng derer dahint?« Er zwinkert vielsagend mit den Augen nach der Nandel hin. »Doch die Reisersöhne sind auch nicht dumm. Sie wollen bloß um einen heißen fragen, um ein Rössel, ein gutes.« Aha, nun ja, er, der Michel, will bloß ein paar Zentner Samenweizen. Und sein Weggefährte, der Schweigerlenz von Lindach, will um ein schweres Stierkalb fragen. Denn die Moserkäbchen sind gar berühmt weit und breit. Nur so nebenbei meint er, der wird jetzt hübsch überlaufer werden, der Moserbauer. Zwängende Weibsbilder, Moni. Jetzt sind es die Andern, die sich unwissend stellen. »Warum zwängende Weibsbilder?« »Ja so, zwängern an Heiratsgurt?« »Na ja, Mai, der Orn möchte die und der Ander die.« Die Unterhaltung gerät in Stocken, denn die Nandel spannt auf einen Pfiff ihres Vaters hin die Ochsen aus und weist sie in den Stall. Und die Mirl steigt vom Heuboden herab und geht ins Haus, indem sie die Angekommene mit einem züchtigen Skot beinand. Begrüßt. Derweil tritt auch der Moserbauer aus der Tenne und sieht die Leut. Er geht bedächtig auf sie zu, hört sich ihren Gruß und ihre Wünsche an und sagt, »Hübsch, ne, haben wir wieder gekriegt, ja. Ist aber recht, nachher duhr da in der Forst nicht so viel. Androht. Hast du ein Samerwurz für mich?« fragt ihn unterbrechend der Michel von Au, denn er ist der Ungestümste von allen Freiern. Doch der Moserbauer ist nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß genau, was der Ander will. »Wie viel Tagwerk möchtest du denn anbauen damit?« fragt er. »Fuchzehne«, sagt der Michel arglos. »Baust mehrer Korn oder hast du Tagwerk Mischlinge im Sinn?« Je nun, auf solche Fragen sagt jeder die Wahrheit. Und so erfährt der Moser, dass man beim Schneidhuber so an die 20 Tagwerk Korn, 5 bis 6 Tagwerk Mischlinge und etwa 20 Tagwerk Haber anbaut. Erdäpfel gibt's auf 12 Tagwerk Land. Und der Alte rechnet im Kopf. Fuchzehne, 35, 40, 60, 70 und Wiesen, aha, wird er leicht zu 100 Tagwerk stark sein. Er mustert genau den Anzug von Michel. Er wär gar nicht übel. Gutes Tuch, der Mantel schwer, die Stiefel vom Bauernschuster gemacht. Keine Stadtware. »Eis dann, ich will schauen«, sagt er langsam, »ob ich dir nur ein paar Zentner geben kann. Geh eine ins Stuben derweil und hock dir ein wenig nieder.« »Ja, Herr Gott, da schaut's ja schier aus, als täts was wärm«, denkt schmunzelnd der Michel. Und die anderen denken zähneknischend dasselbe. Der Schweigerlenz aber kann sich nicht mehr beherrschen. Er vergisst ganz auf sein Stierkalb und auf die angestammte Bauernschlauheit. »Dass jetzt du den Pfennigfuchse zu an Dochtermohnnehmer mockst«, sagt er. »Da gäbst du wirklich nur andere, ah, die für an deinigst Dirndl passerten. Schauk mi o, der orns gebur 150 Tagwerk und 40 Stück Vieh im Stall. Und schuldenfrei durft sie ja jedes Finger bis zu der Elbung abschlecker, weil's migrieren kunt.« »Au weh, Lenz, diesmal hast du zu weit geschossen.« Der Moserbauer lacht bloß und schüttelt den Kopf. Das Antworten aber besorgen die beiden Reiserbuben. »Ja, da schauk her«, meint der eine, »als solcherne is ma ahno net fürkemmar, der sie selber anfallt wie der billige Jakob sei Graxenglump.« Und der andere fügt bei, »und vom Fingerabschlecker ist beim Moserbauern seine Dächter überhaupt korret, des mirkste. Die Arbeit darfst schon du selber machen.« Solche Worte sind keine schöne Musik für den Lenz und auch kein Schlafpöferlein. Sie sind eher zu vergleichen mit den Stichen der Wespen oder Hornissen. Und es ist nicht zu verwundern, dass der gute Lenz in die Höhe fährt und zuschlägt. »Wird die aber wenig oder gar nix o geh«, schreit er. »Und den anderen springen ging gal anet. Gott sei Dank, dass mir net drauf o steh auf die Bar Kreuzer vom Moserbauern. Aber ös Hunger leider, ös Fretter, ös.« Weiter kommt er nicht, denn die Reiserbuben haben ihn schon bei der Gurgel und bei den Haaren. Aber just in dem Augenblick erscheint der festtäglich aufgeputzte Windelbauer von Strass im Hof. »Ja, Himmelseiten, ist bei Engkolt schockiert da?«, fragt er verwundert. »Jetzt hab ich g'mohnt, ich geh auf Brautschau, der bei Kimi zum Rafferrecht.« Und er wendet sich zum Mosbauern, der vergebens versucht, die drei Hitzköpfe zu beruhigen. »Zwäng was geht's denn her, Moser? Haben's deinen Zwespenschnaps erwischt oder geht's zwäng de Weiber her?« Der Moser winkt ab. »Ach was, lass raffer, die hören schon wieder auf, bei's g'nur ham. Wo kämst her und was möchtst?« Der Windelbauer schiebt unternehmend den Hut ins Genick. »Was ich möcht, fragst?«, sagt er. »Pass auf, ich sag dir's gleich grad aussah. A deinige Tochter möcht ich.« Der Moser tut verlegen. »Ach so, sagst, a meinige Tochter möchtst?« »Ja, mein Windel, da wär's debs ham.« »Die anderen da, die drei, und der Schneithuber-Michel von au, möchten halt a Ohrne.« »Und ihr habt grad zwei.« »Und a Stuckerfuchzehne sind schon da gewesen und ham gemohnt, es muss sei. Kannst ja mal einige in Stuben.« So was hört jeder gern, wenn's ihnen selber angeht. Aber die drei, die sich derweil noch recht schaffen, abgerauft und abgestritten haben, haben auch gute Ohren, und es passt ihnen gar nicht, dass da schon wieder einer den Vorzug haben soll. Darum wenden sie sich nun endlich an den Moserbauern mit ihrem Anliegen. »Dafoder lass dir sang, ob's ned an saubern heißen hättest, an Schimmel oder an Rapperl. Was er kosten soll, will er a wissen, und du sollst einmal ummigschauen zu ihm. Er hätt allerhand zum Dispartieren mit dir, und Mutter hat uns ebbs mitgegeben für deine Dirndln.« Sie holen geschäftig ein Handkörblein aus dem Schlitten. »Aber Zuckerstäuberl, das ist hier's moigring, deine Dirndln.« Der Moser lacht sein verschmitztes Lachen. »Aha, für Dirndln sagst, und zwängern heißen sagst. Aha, naja, mir ist derzeit einmal eine schauen, spannt's halt aus derweil, werden mir's nachher schon sagen.« Also, nun sind alle glücklich beieinander, bis auf den Schweigerlenz. Dem aber fällt plötzlich der Stierkalb ein, und er tut so wichtig und lobt die Kälber des Moserställes so sehr, dass der Alte wirklich nichts Besseres zu tun weiß, als auch ihn zu bitten, er möge ins Haus gehen. So sind sie denn alle beisammen, die Freier, und der Moserbauer pfeift seinen Töchtern. »Abi am Tisch, und ab Brot wird Leut«, befiehlt er. Die beiden erscheinen schüchtern und mit fromm gesenktem Blick, und nachdem sie das Gewünschte auf den Tisch gebracht haben, verlassen sie sogleich wieder die Stube. Dafür erscheint jetzt die Moserbäuerin, eine dicke, hinkende Alte, mit vorquellenden Augen und einem dichten Bartflaum um Mund und Kinn. »So seid's da«, begrüßt sie die Besucher, »i kann mir's schon denken, zwäng was dass da da seid's, ja no, das weiß ma ja, da trink am aller jeder.« Sie deutet auf den bauchigen Humpen und setzt sich danach auf das Kanapé. »Kreuzmillion«, es ist nicht leicht, seine Wünsche zu offenbaren, wenn noch vier dastehen, die das Gleiche möchten. Ein wahres Glück, dass der Moserbauer so schöne Rehgewichtel in der Stube hängen hat, und dass er die Fotografien seiner vier gefallenen Buben aufgestellt hat, das ist doch wenigstens ein Gesprächsstoff. Und man gewinnt Zeit. Und man kann zeigen, dass man nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen kam. Der Schneithuber-Michel ist der erste, welcher dies zeigt. Er setzt sich zur Moserin aufs Kanapé, lobt ihr schmackhaftes Brot und die Hand, welche es gemacht hat, schwatzt von diesem und jenem und rückt sich ins denkbar schönste Licht. Und er versichert, dass er, wenn er nun noch seinen letzten Wunsch, die anderen hätte ihm unser Herrgott so alle erfüllt, zur Wahrheit machen könnte, nämlich, dass er Tochtermann einer so guten, regelsamen und werten Frau Mutter werden könnte, wie die Moserin eine wäre, ja, er sage es keck, dann möchte er mit keinem Prinzen tauschen. Darauf erwidert ihm freilich, der Windelbauer mit einem Prinzen täte jetzt überhaupt kein vernünftiger Mensch mehr tauschen, denn im Volksstaat hätte sich die Prinzenschaft aufgehört. Damit hat auch er die Klippe überwunden. Und nicht lange wert ist, da weiß auch von ihm die Moserin alles, was er glaubt, dass es ihr angenehm in den Ohren klinge. Die anderen haben den Moserbauern derweil hübsch in Beschlag genommen. Von der Jagd reden sie und vom Krieg, von der Politik und vom Vieh. Und wollen doch alle miteinander damit nichts anderes sagen als, gib mir, eine von deinen Töchtern, mir. Der Windelbauer und der Schneidhuber-Michel aber haben derweil die Moserbäuerin ganz freundlich und lustig gemacht und sind fest davon überzeugt, dass sie beide die Bevorzugten sind. Daher schauen sie allmählich immer öfter und immer tiefer in den Humpen, werden immer lauter und anmaßender in ihren Reden und treten endlich, kurz entschlossen, auf die Reiserbuben und den Schweigerlenz zu, indem sie fragen, Der Schweigerlenz, der sich noch von der vorhergehenden Erregung kaum erholt und beruhigt hat, ist der Erste, der in die Höhe fährt. Wie habt's gesagt? Habst du's nicht Handwerksburschen gesagt? Der Windelbauer lacht. Warum? Bist leicht, du hab's anders. Und der Michel stopft die Reiserbuben. Dezwee, Flümpfanger, Aschoe, der armer Hund, der armer. Auweh, jetzt hat er das Hälflein zu voll gegossen. Jetzt läuft's über. Die Reiserbuben stützen sich gleich wilden Hunden auf die beiden Spönder. Was habt's gesagt? Hund habt's gesagt! Handwerksburschen habt's gesagt! Flümpfanger habt's gesagt! Und schon dreschten ihre Fäuste auf die beiden los, dass es nur so kracht. Und der Lenz schiebt auch die Hände nicht in den Hosensack. Der drischt auch mutig und tapfer mit und schaut nicht lang, ob er einen von den Sprüchmachern unter seiner Faust hat oder einen von den Reiserbuben. Der Moserbauer fährt fluchend und scheltend da rein. Ja, Himmel, Herrgott, auseinander, sag ich! Es war's mir nur die Rechten! Soi ja ne Hallodrikunti nur brauche auf meinem Sach! Auseinander, sag ich, und marsch weiter! Sehns kann's sei, dass ich mit der Gorsel kimm! Die Moosbäuerin aber springt erschrocken vom Cannabier in die Höhe, ruft alle Heiligen an und läuft zitternd und zagend davon. Unter solchen Geräufe ist es kein Wunder, dass alle miteinander die Ankunft eines Schlittens überhören, dem zwei saubere Burschen entsteigen. Die beiden Söhne des Posthalters von Kreuth. Und dass sie übersehen, wie die beiden Mosertöchter dem Burschen entgegenlaufen, wie sie sich tätscheln und kosen lassen und tun, als wären sie der lautere Zucker. So kommt es denn, dass plötzlich die Tür der Stube aufgeht und dass das Gelächter der vier so laut und vergnügt zwischen die Raufenden fährt, dass die ganz erschrocken auseinanderrumpeln und an die Tür stieren. Ja, das ist ja, das ist ja, da seien meine Dirndln, sagt in dem Augenblick der Moserbauer wieder ganz friedlich und vergnügt. Und da seien meine zwei Töchter, Mann, ne? Zu der Hochzeit seid's alle miteinander eingeladen. So, und was ist jetzt mit den Stiergeibel und mit den heißen und mit den Sammerwurz? Ach, du Erztropf, du Miserabliger, denkt der Schneithuber-Michel. Ich pfeif dir auf deine Kaibe, murmelt der Lenz. Und, geh mal, sonst vergiss ich mich, sagt der eine Reisersohn zu seinem Bruder. Der Windelbauer aber seufzt, Deifel, Deifel, jetzt kann ich dem Hans Wurschten, dem Heimerl, seine Hypothek auch nicht zurückzahlen. Der Geldsack kommt halt allemal wieder zum Geldsack. Da kannst, mach, er warst, wo ist's. Und er folgt seine Knirschen den anderen und schlägt die Haustür zu, dass es knallt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.